Hallo, mein Name ist Helena. Ich habe ein Lied geschrieben, meine Nichte hat mir dabei geholfen beim Text. Es geht um die Kinderfrühsexualisierung. Und wir haben jetzt schon so viel gehört, wie dramatisch eigentlich der Stand ist. Und ich finde, dieser Stand der Frühsexualisierung unserer Kinder, der ist hochdramatisch. Ich bin Mutter von fünf Kindern und Oma von vier Enkeln. Und es ist gewaltig. Es regt in uns so viel, wenn wir mitkriegen, wie sie versuchen, unsere Kinder auf einer ganz sanften Art und Weise zu manipulieren, zu erziehen, eigentlich zu ermorden. Für mich ist das Kindermord. Die Kinder so umzuprogrammieren, dass sie gar nicht mehr richtig funktionieren, naturgemäß nicht mehr funktionieren können. Es ist Kindermord. Und darum, dieses Lied heißt, wach auf. Wir sind aufgestanden und haben es zugerufen, wach auf. Und das wollen wir mit euch auch gemeinsam tun. Nämlich, wir haben die größte Waffe. Das ist das Licht. Das Licht, die Wahrheit, das ist die größte Waffe. Wenn wir nicht mehr kriechen, wenn wir aufstehen und die Wahrheit aussprechen, dann können wir so viel bewegen. Es sind nicht viele, die das manipulieren. Es sind so viele, die schweigen, die noch nicht wach sind. Aber wir stehen auf. Haben wir gerade gemacht. Und jetzt dürft ihr alle mitmachen. Es kommt, wir stehen zusammen, in Wahrheit und im Licht. Die Zukunft unserer Kinder ist gefährdet, sieht der Blut. Denn du musst das sehen. Es dunkel durchbrennt, es dunkel durchbrennt. Die Zukunft unserer Kinder muss gesichert werden. Wir stehen in einer Dau von Feindemann, was auf Erden ist. Das macht jeder Mann. Auf dir nicht kommt, sie braucht wahr. Du bist der Mann. Lass sie weiter. Lass sie raus. Lass sie weiter. Ruf sie aus. Lass sie weiter. Schrei sie raus. Schrei sie raus. Ja! Let's don't wake up Let's don't wake up together Do you feel the light of the truth? The children are at risk They depend on you The truth is all right Let's shine, let's shine The future of our children We used to be protected And so let's come together As long as people like The truth is all right It's your choice It's your choice Choose me hurt Tell me down Choose me hurt Choose me hurt Choose me hurt Choose me hurt Let's die pate Ruck sie raus, lass die pate Ruck sie aus, lass die pate Reis sie raus, reis sie raus Woaau! Was tun? Wir haben ja vieles probiert Wir haben demonstriert Wir sind auf die Straße gegangen Es gab einen Reisenkampf Wie Ibo gesagt hat, es wird instrumentalisiert Du kannst fast gar nichts mehr machen Und das ist auch nicht unser Ziel Wir wollen keinen Straßenkampf oder irgendwas erreichen Wir wollen aber auch nicht wie brüde Eltern Über die Straße laufen mit Traktaten Und versuchen die Leute irgendwie zu erreichen Weil wir haben gemerkt, sie nehmen es nicht an Und dann fragt man sich, kann man verzweifeln und sagen Wie nehmen sie es denn an? Wie kriegen die Leute bewegt auf der Straße, dass sie es annehmen? Dass sie sich zumindest mal damit beschäftigen Sie schauen noch nicht mal mehr rein Manche nehmen es aus Höflichkeit an Und stecken das weg Und einfach nur, weil sie in nicht unbequemen Situationen ausgesetzt sein wollen Und so sind wir dann kürzlich in eine große deutsche Stadt Marschiert, haben dieses Lied mitgenommen Eine große Akkubox Und haben dann mitten Und es war an diesem Tag strömend am Regnen Mitten in diesem Regen In dieser Stadt Das Lied volles Programm aufgedreht Und dann fing einer an Noch einer kam dazu Noch einer Und dann haben wir plötzlich synergisch Diesen Tanz einfach so da im Regen einfach durchgeführt Die Leute kamen aus den Geschäften Die blieben stehen Die waren völlig Sie kamen auf uns zu Wir mussten nicht mehr auf Sie zugehen Das war plötzlich der Wandel, oder? Ja Was ist denn da los? Gibt es da was umsonst? Das ist ja so die Denkweise Gibt es da was umsonst? Ja klar Da kommen Sie hin Und in dem Moment, wo wir klatschen Und das Lied aufhört Gehen sofort Broschüren ohne Ende an die Leute Und die besten Gespräche finden statt Gehst du eine Straße weiter Wo die Leute es nicht mitbekommen haben Ist das gleiche wie vorher auch Und da haben wir dann an diesem Tag An diesem Samstag Innerhalb von drei Stunden, glaube ich Zwei Stunden Haben wir insgesamt fünf Einsätze gemacht Wir sind einfach von Kreuzung nach Kreuzung gezogen Wir waren so am Brennen dafür Die Leute wurden erreicht Es waren über tausend Broschüren Gingen raus Es waren gute Gespräche mit dabei Und nach drei Stunden war das Ding erledigt Wir waren weg Das Ding war nie angemeldet Es war nie irgendwo Es musste nicht genehmigt werden Wir haben einfach Spaß gehabt Über tausend Broschüren Das einfach nur als Impuls Das ist jetzt nicht Das ist jetzt nicht, dass wir sagen Jeder muss jetzt tanzen Um die Leute zu erreichen Einfach als Impuls Leute, werdet kreativ Und schaut einfach Was würde euch ansprechen Wo würdet ihr dann im Stehen bleiben Wo erreicht man euer Herz Darum geht es doch, oder? Es ist ja nichts, was wir verkaufen wollen Was wir an den Mann bringen wollen Leute sind belästigt Von den ganzen Leuten Die auf der Straße stehen Und irgendwas verteilen Ich mache selber ja schon Bogen drumherum Weil es mir einfach unangenehm ist Aber hier Erreicht deren Herz Überlegt Was für Möglichkeiten gibt es Und ganz kurz So zum Satz Noch zur Frühsexualisierung Einfach weil auch das Sehr, sehr schwer Vielleicht einzuordnen ist Für manchen Die Kinder Wie heute Morgen gesagt wird Hat immer jünger Mittlerweile im Kindergartenalter In der Grundschule Sie werden frühsexualisiert Sie werden versaut Dort wird mit Pornomaterial Im Unterricht gehandhabt Gearbeitet Es ist nicht mehr die Sexualkunde Die von früher kennt Vertut euch da nicht Informiert euch Es ist skandalös Es ist dramatisch Es treibt dir die Tränen in den Augen Wenn du siehst Was mit den Kindern gemacht wird Meine Tochter ist jetzt In der fünften Klasse In der fortführenden Schule Sexualkunde war früher Eine Stunde Alle haben einen roten Kopf gehabt Und das war es Heute ist es eine Woche Plus eine Sexualkunden-Klassenfahrt Mit abschließender Transgender-Party Die da offen beworben wird Im Elternbrief Wir sind stolz auf unsere Transgender-Party Ja Dass die Jungen auf jeden Fall Alle Mädchenklamotten mitbringen Und von den Mädchen geschminkt werden Es ist Das passiert mit unserer Zukunft Wollt ihr das? Wir können noch so sehr den Krieg stoppen Wir können alles machen Und das machen wir auch, oder? Aber wir dürfen das nicht sein lassen Wie Ivo gesagt hat Wir dürfen es nicht den Kindern überlassen Lasst uns da gemeinsam wirklich schauen Egal ob ihr Single seid Irgendwie junge Erwachsene, Jugendliche Ob ihr Opas, Omas seid Ob ihr gar keine Kinder habt Spielt keine Rolle Lasst uns gemeinsam einfach schauen Wo sind diese neuen Wege Wie viele Leute erreichen Auf allen Ebenen Sei es die Bargeldabschaffung Klimawandel Und diese ganze Klimalüge Also ich Einfach als Ermutigung für euch Da freuen wir uns drauf Super In aller Kürze Vielen Dank Applaus Kürze 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 Kürze